Stell dir mal vor, irgendwann, am Ende aller Tage, und irgendwer stellt uns dann, nur diese eine Frage, Wem hast du geliebt, wem hast du vielmehr gegeben, was du bekamst von ihm, wem hast du gesagt, der dich so sehr enttäuscht hat, du hast ihn längst verzieht, wem hast du warm gehalten, in dunkler, kalter Zeit, wem hast du gezeigt, ich steh zu dir, wenn dir kein anderer bleibt, wem, wem hast du geliebt, war es der Freund, der dich oft vergaß, als du ihn brauchst, fehlte er dir sehr, war es die Frau, die du so geliebt hast, doch sie liebte einen anderen mehr, wem reichtest du deine Hand, und dabei hast du die nicht mal gekannt, wem hast du geliebt, wem hast du vielmehr gegeben, wem hast du vielmehr gegeben, was du bekamst von ihm, wem hast du gesagt, der dich so sehr enttäuscht hat, du hast ihn längst verzieht, wem hast du warm gehalten, in dunkler, kalter Zeit, wem hast du gezeigt, ich steh zu dir, wenn dir kein anderer bleibt, wem, wem hast du geliebt? Wen hast du warm gehalten In dunkler, kälter Zeit Wen hast du gezeigt Ich steh zu dir Wenn hier kein Ander bleibt Wen, wen hast du geliebt Wen hast du geliebt